XU War klar. Ich hab gesagt, wir müssen uns beeilen. In welcher Etage ist sie? In der vierten. Okay. Sie hatten fast halben Seiten. Lade nach! 2 5 4 5 5 10 10 10 10 11 12 11 16 25 75 Da ist ein Tag! Mach einfach was! Köln, Gott! Wenn wir das Leucht sehen, dann aber richtig. Ich gehe nach rechts, du nach rechts. Lass mich bloß nicht hängen. Sechentlich, ja. Roland? Geradeaus! Nimm die Treppe! Vorsicht! Fuck! Ich hab Besuch! Ich seh sie! Na, na, na! Ich hab entschen. ent Michael! Ich hab sie! Ich hab ihn! Lauf weiter! Da sind noch mehr! Ihr biebten Schweine! Macht nicht, sie aus der Heim zu rühren! Nur noch eine Etage! Bist du mit dir? Der ist wiederholt. Gehen wir! Wir haben sie! Okay. Wohin jetzt? Lauf weiter. Hier lang. Ich hoffe, sie ist es wert. Ist sie. Nur auf die Platz. Ich bin so krank, Mensch. Leg dich nicht mehr fast nie an! Scheiße! Sie greifen sich die anderen Seite an! Schaut, wie ihr so was wartet! Ich bin so krank, Mensch! Ich bin so krank! Und dann bin ich so krank! Sie sind so krank! Ich hoffe, sie ist es wert. Ist sie. Das ist so krass, Mensch! Leg dich nicht mit Shang-Chi an! Sie greifen von der anderen Seite an! Raus, sie ist und attacken! Wo ist das? Armalt am Ende! Links! Vorsicht! Sch نہیں! Sie sehr sind! Greifen! Xi, nicht, Jürgen! Schreifen, sie schreifen! Sie schreifen! Oh, fuck! Die Tür ist offen! Xuxu! Wo bist du? Xuxu! Verdammt! Wir müssen weg. Raus aus diesem Land. Dieser Verfluchte. Shang-Chi, verdammte Scheiße. Er bezahlt die Cops und er bezahlt Sing. Das ist eine Nummer zu groß für uns. Ich gehe nirgendwo hin ohne Xuxu. Sie kann nicht verzeihen. Hör mir zu, Lynch. Wenn du diese Frau liebst, dann bleib weg von ihr. Das kann alles nicht wahr sein. Runter! Was zum Teufel! Sie brechen durch die Mauern! Verdammter Mist! Wo zum Teufel gehen wir hin? Okay. Hier lang. Wo ist sie? Hör mir! Hör mir! Lynch! Hilf mir! Scheiße! Das ist zu! Lynch! Sie wollen nicht weg! Liebling! Bleib ruhig! Wir holen dich da raus! Von rechts! Zu! Lassen Sie sie ab! Holen wir sie uns von hier! Feuer! Sie dürfen sie nicht fliegen! Nicht schreien! Ich bin so nahkut! Wir müssen sie nicht fliegen! Geh, schreien! Geh, schreien! Gut! Ich bin so nahkut! Geh, schreien! Geh, schreien! Liebling, lauf weiter! Jetzt lauf einfach! Lynch, verschwinden wir. Wer sind diese Männer in Weiß? Man hat Shang-Chi's Männer? Die haben gekämpft wie Soldaten. Das ist sie! Sie haben sie! Schnell, Cain! Zuh! Ich komme! Komm schon, Cain! Lynch! Lynch! Erschießen wir sie! Was kann ich tun? Keine Ahnung! Halt ihr den Rücken frei! Lasst nicht zu, dass ihr was passiert! Keine Sorge! Ich bin die Sicherheit bei dir! Schu! Lynch! Schu! Es tut mir so leid. Ah, Scheiße! Sie darf nicht sterben! Hey, tu mir bestens! Pass auf! Ich bin die Ich gehe herein. Wir haben dein Brettchen. Nein. Nein. Du liegst. Nur die Ruhe liegst. Die Ruhe liegst. Ich bring euch alle rum. Dreh jetzt bloß nicht durch. Was weiter? Wenn die sie haben, bring ich sie um. Sie ist alles verzählt. Hier passiert nichts. Die töten sie nicht. Sie wollen uns? Nein, nein. Shang-Chi will seine Wache. Er wird sie töten. Er töte mich alle. Ich habe keine Zeit für den Scheiß. Er wird sie nicht. Er wird sie nicht. Er wird sie nicht. Ich geh herein! Nein! Nein! Du liegst! Ich bring euch alle rum! Geh jetzt bloß nicht durch! Geh weiter! Wenn die sie haben, bring ich sie um! Sie ist alles von Seem! Mir passiert nichts! Die töten sie nicht! Sie wollen uns! Nein, nein! Shamsi will seine Wache! Er wird sie töten! Er tötet uns alle! Ich hab keine Zeit für den Scheiß! 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 Sie hat nichts mit der Sache zu tun! Sie hat nichts mit der Sache zu tun! Sie hat nichts mit der Sache zu tun! Okay! Ich hab ihn! Ein Schuss! Ach! Tu das nicht, Kane! Nein! Er soll sie loslassen! Vertrau mir! Kane! Tut mir leid! Most verdammt den Scheiß! Na! Noch ein Wache! Ich hab ihn doch noch nicht! Man um die Sch basszone zu lassen!